Hallo FC-Basel-Fan, wenn du neu hier auf dem Kanal bist, abonniere und hinterlasse dein Like, damit dir YouTube weiterhin die neuesten FC-Basel-News aus erster Hand bringt. Gehen wir zu den Nachrichten. Es ist das bitterste Ende, das man sich vorstellen kann, sagt Heiko Vogel weit nach Mitternacht im St. Jakob Park. Der große Finaltraum platzte in der 129. Minute wenige Sekunden vor einem allfälligen Penaltyschießen. Fiorentina-Joker Antonin Barak traf ins Netz und mitten ins Basler Herz. Es sei extrem schwierig zu beschreiben, wie es in ihm drinnen aussehe, sagt Routinier Fabian frei und versucht es doch. In dem Moment, in dem der Ball ins Tor geht, will man sich am liebsten verkriechen. Kurz vor dem großen Ziel, das zieht dich für einen Moment extrem runter, die Enttäuschung ist groß. Die historische Chance ist dahin, als erstes Schweizer Team überhaupt in einen europäischen Final einzuziehen. Futsch! Es sei ein guter Auftritt gewesen, aber kein perfekter, sagt Vogel und meint, was soll ich da nur sagen? Jetzt ist leider erstmals großes Wundenlecken angesagt. Vogel versucht dennoch, mitten im ganz großen Frust, seine Spiele aufzubauen. Wir haben in unserer Europa-Kampagne fantastische Abende erlebt. Einige Spieler werden nochmals ihre Chance bekommen, in einem europäischen Final zu spielen. Da bin ich mir sicher bei diesem Talent, das sie haben. Er dürfte dabei Spieler wie Zeki Amduni und Andi Diouf meinen, die sich auch gegen Fiorentina wieder ins Rampenlicht spielen. Ein europäischer Final? Davon ist der FCB seit Barak's Treffer weiter entfernt als Teams wie YB, Zerwette, Lugano, Luzern und GC. Sie alle liegen drei Runden vor Schluss der Super League vor dem FC Basel und belegen die europäischen Plätze. Auf die Frage, wie er am Sonntag gegen Lugano in der Meisterschaft den Bock umstoßen wolle, reagiert der Trainer leicht genervt. Ich verstehe, dass diese Frage kommt, obwohl ich sie zu diesem Zeitpunkt deplatziert finde. Aber man kann davon ausgehen, dass wir nicht so viele Rotationen machen, wie gegen St. Gallen. Beim Gastspiel in der Ostschweiz hatte Vogel im Vergleich zum 2-1-Hinspiel Erfolg in Florenz gleich auf neun Positionen umgestellt und beim 1-6-Schiffbruch erlitten. Sehr zum Ärger von FCB-Präsident David Degen. Hinterlassen Sie Ihren Kommentar und liken Sie, damit YouTube Ihnen weiterhin die Videos aus erster Hand liefert. Vielen Dank. Vielen Dank.